Duplantis oder doch noch Lisek oder Walsch, die sind auch noch im Rennen mit dabei. 1500 Meter der Frauen. Gänsebe, die Waba, steht bereit. Die Weltrekordhalterin über diese Distanz, also diese PB-Persönliche Bestleistung, die Sie eingeblendet gesehen haben. Das ist der Weltrekord. Sie ist auch eine Weltrekordhalterin über die Meile. Das ist ja nur gute 100 Meter länger als die 1500 Meter. Dann haben wir Zegai hier, Janice Simpson und sehr gespannt sind wir auf Konstanze Klosterhalfen aus Deutschland, die einen deutschen Rekord um den anderen unterbietet, ja vielleicht auch heute. Ich habe den deutschen Rekord mal rausgeschrieben. Einfach so zur Sicherheit stammt immerhin aus dem Jahr 1980. Delia Sklabas ist die Schweizer Vertreterin in diesem Rennen. Sie wird den Schweizer Rekord heute nicht unterbieten, davon gehen wir nicht aus, denn der ist sehr, sehr gut aufgestellt von Anita Weiermann. Delia Sklabas, die Junioren-Europameisterin über diese Distanz. Also für sie wird es extrem schnell werden, denn es wird ein schnelles Tempo eingeschlagen von Janelle Price, die dafür angestellt ist. Die ersten 400 Meter soll sie in 62 Sekunden absolvieren. Das deutet darauf hin, dass wir heute eine Top-Zeit erleben werden über die 1500 Meter. Aber eben nicht nur das, sondern wir werden wahrscheinlich auch ein ganz spannendes Rennen sehen. Denn es ist überhaupt nicht klar, ob Dibaba gewinnt, ob sie gewinnt, Sifan Hassan. Dann ist Zegai auch noch da. Eine sehr schnelle Läuferin aus Äthiopien. Er ist 22-jährig, liegt in diesem Jahr persönliche Bestleistung deutlich unter vier Minuten. Das ist auch so eine magische Grenze bei den 1500 Meter Läuferinnen. Ja, Delia Sklabas ist jetzt hinter dem Feld, muss ganz alleine laufen, aber das kommt nicht überraschend, denn ihre persönliche Bestleistung liegt bei vier Minuten zehn. Und da wird jetzt momentan einfach ein anderes Tempo eingeschlagen. Sie muss auf sich selber achtgeben, sie muss ihr Tempo laufen. Und ja, vielleicht, wenn vorne die eine oder andere zu schnell jetzt angeht, versucht, dieses horrende Tempo mitzugehen, kann sie noch Plätze gut machen. Und vielleicht reicht es auch für eine absolute Top-Zeit bei Delia Sklabas, die aber schon viele Rennen, müssen wir auch sagen, in den Knochen hat in diesem Jahr. Price noch vorne, sie ist für die ersten zwei Runden angestellt. Dann Dibaba, Segai ist ebenfalls da. Noch zwei Runden bis ins Ziel. Wir schauen auf die Durchgangszeit nach 800 Metern. 2'07, 79. Man wollte bei 2'05 passieren, ist also leicht drüber und jetzt ist das Tempo nicht mehr sehr hoch. Jetzt wird taktisch gelaufen. Jetzt kommt alles wieder zusammen, der ganze Pulk. Das sieht man jetzt eben. Man läuft nicht auf die Zeit, denn man muss doch noch ein bisschen Körner sparen im Hinblick auf die WM. Aber man will natürlich sich heute behaupten, zeigen, dass man in absoluter Top-Form ist und das Rennen für sich entscheidet. Dibaba von der Spitze aus, Klosterhalfen ist da. Hassan hinter der deutschen Läuferin. Die beiden kennen sich bestens. Die beiden trainieren beide zusammen in den USA bei Roberto Salazar in diesem Oregon-Projekt. Und wir gehen auf die letzte Runde. Dibaba von der Spitze weg. Und Klosterhalfen, Segay, Hassan, alle sind sie da. Dibaba hat das Tempo angezogen. Klosterhalfen hat da Mühe zu folgen. Aber Hassan ist da bei Dibaba. Und jetzt sitzt Hassan bereits an Dibaba vorbei. Was für ein Schlussspurt von Siphan Hassan. Da kann Dibaba, so scheint es nicht, folgen. Hassan schaut zurück und die Lücke, die ist bereits enorm. Noch 100 Meter bis ins Ziel. Und Siphan Hassan, Klosterhalfen ist zweite momentan. Aber vorne, Siphan Hassan, Klosterhalfen an Position zwei. Und die Deutsche kann diesen zweiten Platz halten. Knapp unter vier Minuten wird sie auch bleiben. Konstanze Klosterhalfen, es wird nichts werden mit dem deutschen Rekord. Aber die zwei Trainingskolleginnen, die freuen sich über diesen Doppelsieg sozusagen. Siphan Hassan, 3,57,08. Und das, nachdem man eine Zeit lang gebummelt hat. Und Gensebe Dibaba ist definitiv die Verliererin dieses Rennens. Delia Sklavas mit einer Zeit ungefähr von 4,15 ins Ziel gekommen. Hat sich Wacker geschlagen, da hinter der absoluten Weltelite. Die Bues Stafford wird dritte. Die Kanadier läuft Landesrekord in 3,59,59. Und Dibaba trottet davon. Nicht unter vier Minuten geblieben, nur Platz vier für Gensebe Dibaba. Ja, das ist schon erstaunlich. Diese Schlussrunde von Siphan Hassan. Sie hat übrigens Ramadan gemacht. Hat im Mai stattgefunden. Und trotzdem hat sie ihr Training durchgezogen. Man darf ja tagsüber nichts trinken, nichts essen. Das ist nicht im Einfachsteht. Auch Wettkämpfe bestritten. Und die sehr, sehr gut. Hier ist es eng geworden. Sie hatten auch mit Constanze Kloster halfen. Sekai wollte man da aus dem Weg haben. War eine brenzlige Situation für Siphan Hassan. Hat das aber gut gemeistert. Sie hat sehr gute Wettkämpfe bestritten. Und dann war dieser Ramadan-Monat zu Ende. Und dann kam Monaco. Und sie war sich eigentlich schon vor Monaco sicher. Jetzt darf ich ja wieder trinken. Auch essen, wann ich will. Das wird extrem gut kommen in Monaco. Und es ist dann auch extrem gut gekommen. Mit dem Weltrekord. Was diese Frau leistet, ist ohnehin unglaublich. Wir erinnern uns ans letzte Jahr an dieses Doppeln von Zürich und Brüssel. An zwei Folgetagen mit zwei Auftritten. Mit dem Auto ist sie schnell noch nach Brüssel gereist. In der Nacht. Genau. Um dann dort einen nächsten Start hinzulegen. Also unheimlich zäh. Und vor allem auch unheimlich erfolgreich. Siphan Hassan. Also zwei glückliche Läuferinnen. Selbstverständlich gibt es immer Diskussionen. Und die möchten wir hier auch noch natürlich anmerken. Hassan und Klosterhaufen trainieren bei Alberto Salazar.